Fühlst du dich auch oft gestresst und bist überfordert mit den ganzen Anforderungen, die so jeden Tag auf dich einprasseln? Wenn das so ist, dann schau dir jetzt auf jeden Fall dieses Video an. Ja, wie heißt es so schön? Wir Frauen, wir haben nicht nur die Aufgabe, vielleicht uns um den Haushalt zu kümmern, einkaufen zu gehen, zu kochen, zu putzen, sondern wir wollen natürlich parallel noch eine fantastische Ehefrau sein, eine fantastische Mutter sein, eine fantastische Businessfrau sein, je nachdem an welcher Ebene du gerade stehst und das überfordert natürlich. Und es prasselt ja immer mehr auf uns ein. Ich weiß nicht, ob du das für dich auch so fühlst, aber ich merke es, es wird ja auf jeder Ebene immer irgendwie mehr. Und jetzt haben wir oft natürlich auch noch die Herausforderung, dass wir ja sehr unter diesem Perfektionismus leiden. Nicht jede, aber einige. Dieses dann auf jeder Ebene wirklich perfekt sein zu wollen. Und wenn das alles zusammenkommt, die Anforderungen, die mehr werden, unser Perfektionismus, dann ist genau der Punkt angekommen, wo wir uns absolut gestresst fühlen. Und Stress ist natürlich etwas, was uns auch negativ, körperlich und psychisch beeinflusst. Und umso mehr Stress, umso weniger Energie kannst du letzten Endes auf die Straße bringen. Und genau aus dem Grund möchte ich dir jetzt in dem Video zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, dass du auch im Alltag mal diesen Stress loslassen kannst, zurück zu dir kommst, um dadurch mehr Energie zu haben für dein Business oder auch für dein Privatleben. Beides ist wichtig, beides darf miteinander einhergehen. Ich habe für mich einfach mal die Entscheidung getroffen, und das ist wichtig. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich mir immer wieder jeden Tag Momente der Ruhe einräume. Und es ist eine Entscheidung. Es ist nichts, wo du sagst, da kann ich jetzt an mir irgendwie mit meiner Persönlichkeit noch mehr arbeiten oder da kann ich vielleicht jetzt irgendwie einen Kurs besuchen. Nee, meiner Meinung nach fängt es da wirklich bei der Entscheidung an, dass du eine Entscheidung dafür triffst, dir jeden Tag Zeit für dich selbst zu nehmen und Zeit der Entspannung zu nehmen, auch wenn es wirklich stressig ist. Und oftmals ist es ja nur ein Ding der Gewohnheit. Vielleicht hast du das schon mal gehört, die 21-Tage-Regel. Wenn du eine neue Gewohnheit oder eine neue Verhaltensweise 21 Tage lang machst, dann wird sie zur Gewohnheit. Und so ist es auch, wenn du dir 21 Tage lang immer wieder am Tag mal kurze Auszeiten nimmst, um Stress abzubauen. Wenn du es 21 Tage lang gemacht hast, wird es zur Gewohnheit und du kannst es bei dir absolut in den Alltag integrieren, ohne dass du es vergisst. Und dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, dich wirklich zu entspannen. Was ich immer wieder mache, wenn ich merke, boah, jetzt wird es mir irgendwie zu viel, jetzt fühle ich mich voll gestresst. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel am Schreibtisch sitze, lehne ich mich einmal zurück und lege zum Beispiel meine Hand so aufs Herz und atme dann einfach ein paar Mal tief ein und aus. Natürlich, du hast bestimmt schon oft gehört, atme tief ein und aus, das entspannt dich, das ist völlig richtig, das fährt deinen Puls auch wieder runter. Du bist freier durch das Atmen, das merkt man ja oft bei Frauen, wenn die gestresst sind und weniger atmen, dann fangen die auf einmal an, so zu reden. Dann wird die Stimme höher und du merkst, es ballt sich alles hier so in dem Zentrum und das ist natürlich kein guter Energiefluss. Aber was doch dazu kommt, ist wirklich, dass du ganz gezielt deine Hand so aufs Herz legst und dann wirklich so in dein Herz reinatmest. Weil oftmals durch diesen ganzen Stress und diese ganzen Anforderungen, die wir haben, fehlt uns die Verbindung zu unserem Herz. Und das ist einfach wichtig, weil dadurch können wir unsere Intuition schärfen und unser Gefühl zu uns selbst schärfen. Und wenn du das wirklich regelmäßig machst, vielleicht einmal die Stunde für eine Minute oder so. Also ganz kurz, das muss ja jetzt nicht ewig sein, wenn du wirklich so einen richtig stressigen Tag hast. Eine Minute, einmal die Stunde, das reicht schon. Wenn du weniger Stress hast, dann machst du es halt alle zwei Stunden mal. Aber, dass du dich wirklich regelmäßig mit dir selbst verbindest. Und das hat jetzt nichts mit spirituellem Shishi zu tun, sondern da geht es wirklich darum, dass du mit dir in Connection bist. Und das ist eine Urkraft, die wir Frauen entwickeln können, um unser Business auf die nächste Ebene zu bringen. Die Verbindung zu uns selbst. Und das ist eben was, was uns dann ganz schnell und ganz gut auch nach vorne bringt. Also das ist das, was ich dir wirklich empfehle. Mach das mehrmals täglich. Stell dir am Anfang einen Wecker. Du kannst ja auch, also zumindest kann ich das bei meinem iPhone machen. Einmal die Stunde klingelt dann der Wecker und dann zack, einmal zurücklegen, Hand aufs Herz, durchatmen für eine Minute und dann wieder weitermachen. Und das brauchst du, wie gesagt, dann im Schnitt 21 Tage lang mit dem Wecker und danach ist es eh ein fester Bestandteil von deiner Arbeit. Jetzt wünsche ich dir gute Entspannung, wenig Stress und eine tolle Zeit. Bis bald, deine Marina.